Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau Bauwerkparkett, Leica Geosystems und der St. Galler Stadtwerk. Die beiden Teams dürfen jubeln. Die besten Praxisprojekte der Fachhochschule Ost sind in der Tonhalle ausgezeichnet worden. Der Gewinner vom WTT Young Leader Award 2021 ist Team Gebäudeversicherung St. Galler. Wir haben es bis zum Schluss nicht erwartet und umso mehr freuen wir uns darauf, dass wir den Tag gewonnen haben, dass wir hier stehen und den Pokal entgegennehmen dürfen. Die Studierenden haben ein neues Schadensformular entwickelt, das weil sie herausgefunden haben, dass jeder Kunde seinen Schaden individuell gemanagt hat. Zum Beispiel, ob ein Versicherten lieber Fotos von seinem Schaden macht oder ob ein Experte soll vorbeikommen. Wir feiern vermutlich so, dass wir zuerst einmal Apel machen und ein bisschen lustiger haben. Und dann schauen wir, dass wir uns irgendwann noch treffen können, schön essen gehen und dann hoffentlich noch eins gut trinken. Eine Auszeichnung in die Luft stemmen, dürfen aber auch noch andere. Der Gewinner erster Platz in der Kategorie Managementkonzeption WTT Young Leader Award 2021 geht an zur Russen-Swiss AG. Ich konnte es im ersten Moment gar nicht realisieren. Natürlich habe ich gehofft, dass wir hier den ersten Rang holen dürfen. Aber natürlich im Hinterkopf hatte ich immer noch, die anderen sind natürlich auch sehr stark, gute Projekte. Und jetzt am Schluss ist es natürlich einfach ein wunderbares Gefühl. Das Team zur Rose-Swiss hat an Medikamentautomaten für Arztpraxen geforscht. Das Resultat? 35% weniger Zeitaufwand und 20% weniger Kosten. Der zur Rose-Swiss-Bericht hat zwei bis drei Wochen nach dem Projektend schon als Marketingunterlagen eingesetzt werden. Meiner Meinung nach war die Zusammenarbeit im Team wirklich sehr erfolgreich. Die verschiedenen Leute haben verschiedene Backgrounds mitgebracht. Und das war, glaube ich, auch wirklich ein Erfolgsfaktor, wieso wir jetzt hier stehen. Aber nicht nur die Studenten selber. Auch die Jury ist zufrieden mit den Resultaten der insgesamt 36 Teams, die vier Monate an den Projekten gearbeitet haben. Ich bin jedes Jahr absolut überrascht, wie man immer aus der Situation, die man hat, und jetzt ist sie ganz speziell gewesen, einfach wieder das Beste macht. Und ich glaube, das zeichnet auch ein Praxisprojekt aus, dass man sich der Situation anpasst, dass man schaut, was sind die Rahmenbedingungen, und jetzt, ob man online oder nicht online, ein gutes Resultat bringt. Dass alles ein bisschen anders gelaufen ist unter Corona, ist aber nie ein Grund gewesen, den 13. WTT Young Leader Award abzusagen. Ganz im Gegenteil, wir haben gesagt, jetzt gerade erst recht, oder? Und die Projekte bekommen jetzt gerade eine andere Bedeutung nochmal rüber, weil zusätzliche Komponenten dazukommen, die für alle ein Lerneffekt ist. In diesem Jahr konnte auch wieder Publikum in die Tonhalle kommen und mit einem Covid-Zertifikat bei der Auszeichnung live mit dabei sein. Zusätzlich gab es aber auch wie letztes Jahr wieder Schaltungen und einen Livestream. Das hat zu einem Zuschauerrekord geführt. Wir konnten letztes Jahr die Vorarbeit machen, dass wir überhaupt auch Hybride machen konnten. Und ich denke, dieses Jahr war es optimal, dass die Gäste, die sich wohler zu Hause fühlen, genauso teilnehmen konnten. Wahrscheinlich noch mehr als früher, weil es ja auch bequem und einfach ist. Und ich glaube, der Mix ist der, was es am Schluss ausmacht. Und so wird auch nächstes Jahr im September der rote Teppich für den WTT Young Leader Award ausgerollt und die Studierenden für ihre guten Leistungen ausgezeichnet. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Amt für Wirtschaft, Kanton Durgao, Durkomm, Skandola und Gallus Media.